Da bin ich echt überfragt, meine Freunde. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat. Und ja, hier sind wir wieder. Und los geht's. Ja, weiter. Planets 2. 30 FPS. Ja, geht schon eigentlich wieder. Flüssiges Spiel. Und eine Granate geht immer. Ja, wir haben hier jetzt schon Quadswick ziemlich fett auf, verdorben, verloren am Arsch. So ein bisschen. Ich weiß, die Ansage war jetzt ein bisschen kurios, aber ich habe jetzt fast eine Viertelstunde gebraucht, um das einigermaßen hier flüssig hinzubekommen wieder. Ich habe einen PC neu gestaltet. Und, 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 und. Und ich habe immer eine Viertelstunde warten, bis ich eingeloggt war. Sag mal, Quadswick verloren. Was sehr blöd ist, und das war noch blöder, weil ich nicht gesehen habe. Aber ich habe einen Killassist gekriegt. Ach, das war ein Spion. Snipper. Ein Snipper habe mich da gekeilt. Was mache ich überhaupt aus? Das ist hier ein Sniper-Rival-Experte. So. Gut. Aber ich tue erstmal hier, ja. Erstmal einen Clan suchen, wo ich mitspielen darf. Kein Tropf zur Verfügung. Ja, klar. Ja, ist ja egal. Ich wollte ja eigentlich nur hier kurze Runde spielen. Die zweite Folge. Die erste Folge ist eigentlich relativ gut, schlecht. Legt im Auge das Betrachters mal wieder, ob die Folge gut oder schlechte geworden ist. Weil ja die ganzen Lacks drin waren. Ähm, wo bin ich denn hier eigentlich? Ah, doch. Gibt doch Platon, sag ich doch. Hier. L, Y, F, meine. Wo sind sie? Ah. Gehen wir nicht vom Keks. Wo sind die? Truppeneinsatz. Ah, sie wollen das Biolab holen. Das ist eine richtig klasse Situation, jetzt als Sniper ins Biolab einzumarschieren. Das hat echt dicke Eier. Das kann echt was. Das ist jetzt taktisch für ein Griff ins Klo. Ah, gut, Sandi. Kann man nämlich wechseln lieber. Lieber nicht meine PDW als die Sniper. Weil mir Sniper hast du dann so gut wie nix zu machen. Obwohl wir eh nichts dran machen können, weil wir eh schon alle tot sind. Da wäre ein Sni doch besser gewesen. Mit der Heel-Kambernade. Was ist denn das für ein komisches Geräusch? Oh, oh. Nichts schönes. Ah, scheiße. Boah! Ja, da ist er gewesen. Ja, sagt mir doch einer, dass er da rumrennt, nicht dort rumrennt. Meine Güte. Ihr müsst mit mir reden, Jungs. Reden müsst ihr mit mir. Was habe ich hier unterstützt? Oh, Katz, sind die alle noch so dumm? Tja, super. Ohne Scope, ohne was. Ich sollte echt meine Klassen mal aufrüsten. Tieraloise haben wir verloren. Tierless. Tieraloise. Ich weiß, kann die Absprache gar nicht. Aber ich bin Sni. Ich helfe euch. Gepunkte. Ohne Scope. Super. Nur über Kimmel und Korn. Gehen wir nach Korn. Immer nach vorn. Und einen Weg gemacht. Oh, Level 72 auch noch. Der kotzt bestimmt. Wo war der? Wo war der jetzt? Ich gehe mal zurück zu meinem Team. Ich bin immer noch beschossen. Braucht jemand Sani? Ja, der braucht Sani. Der braucht Sani. Du brauchst Sani. Nein, du brauchst keinen Sani. Du brauchst Sani. Du bist Sani. Ihr seid alle fit. Das hat doch alle fit. Das ist wohl, ihr kämpft. Aber ich glaube. Ohne Scope ist das eigentlich auch echt geil. Das ist viel realistischer, finde ich. So ein bisschen. Ja, gut. Wenn du gegen den Max rein trommelt. Käffst du. Oh Gott. Ja, was willst du machen? Jetzt willst du ihm helfen. Dann kommen die Max ums Eck. Geschissen. Scheiße, gerade ins Eck da rein. Oh. Black Eye Owl. Ja, danke schön. Ich gehe mal da durch. Und ja. Ich kann mich selber halten. Da brauche ich dich nicht dazu. Alle fit. Alles fit im Schritt. Also drum liegen, Papa Mann. Gold einer. Zwei. Und XP. XP ist gut. Ich will aufsteigen in den Rängen. Deswegen brauche ich jetzt jede Menge XP, was ich kriegen kann. XP mäßig. Na, Junge. Junge. Junge, 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 Junge. Was liegst du da auf dem Boot? Na. Das ist doch nicht schön. Ha. Fuck off, Mann. Ja, komm. Warum kann ich dich... Nein, nicht dich. Warum konnte ich dir nicht holen? Der hockt ja irgendwo auf dem Dach. Habe ich das Gefühl. Dass der irgendwo auf dem Dach hockt. Warum kann ich immer nur die ganzen heilen? Was ist das für ein Scheiß? Mann. Warum kann ich den nicht heilen? Brauche ich da extra einen Zusatz oder was? Das doch zum Kotzen ist das doch. So, jetzt. Warum kann ich die auf dem Boden liegenden nicht heilen? Das verstehe ich nicht ganz. Brauche ich da einen Zusatz? Brauche ich da einen Zusatz oder was? Jetzt habe ich Zeit zum Gucken. Kaufe ich mir dann gleich. So. Sunny. Jetzt habe ich doch keine Zeit. Danke. So, wir haben A, wir haben B. Wir haben jede Menge Tote. Wo soll ich heilen? Wo muss geheilt werden? Hier liegt ein Toter. Guck, ich kann den nicht. Warum kann ich den nicht? Na, klasse. Die ist direkt in mir gespawnt oder gehangen. Was haben die da schon wieder gemacht an dem... Puh, warum ich das nicht machen kann. So. Jetzt hier erstmal dahin. Das ist mir jetzt egal. Jetzt bin ich mal ein bisschen weiter weg. Jetzt will ich da erstmal gucken. Sandy. Sandy. Hier, medizinische Fusionsbeschwerke. Aufsetze. Da kann ich nur die Tarnung drauf klatschen. Okay, das ist gemacht. Ich kann da gar nichts machen. Komische Sache. Warum kann ich da nichts machen? Das ist die NS. Kann ich so keine Aufsätze drauf machen? Wenn ich was hätte. Was habe ich denn? Wie viel? Ach, war auch nett. Bleibt so, die ist gut so. Warum kann ich dann keine Toten wiederbeleben? Das verstehe ich. Muss ich da links oder rechts klick machen? Ich weiß es echt nicht. Da bin ich echt überfragt, meine Freunde. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat. Das ist so ärgerlich. Da ist eine Max hinter mir. Pass auf, da kommt eine Max rum. Oh. Ups. Guck. Ah, du musst Rechtsklick machen. Ah, jetzt habe ich das rausgefunden. Um wieder zu beleben, musst du jetzt Rechtsklick machen. Oh Mann, ich habe das Spiel zu wenig Sunny. Das habe ich noch nicht rausgefunden gehabt. Ohne Scheiß. Das gibt es doch nicht, oder? Ich habe das jetzt erst rausgefunden, dass man dann Linksklick zum Heil und Rechtsklick zum Wiederbeleben machen muss. Okay. Gut, wenn es so ist, dann weiß ich das jetzt ja wenigstens. Das muss man ja mir einmal sagen, dann weiß ich das auch. Aber wenn es mir keiner sagt. Das muss man ja nicht. Merre. Stirb. Stirb, einen elendigen Todes. Scheiß, keine Ahnung, Typiboy. die galaxy steht einfach und steht und steht ja die nimmt uns nachher mit wenn wir weiter fliegen wollen und